Wir spielen jetzt Shabby Bunny, wir stecken uns jetzt nacheinander, jeder immer ein so ein Ding in den Mund. Ich esse das nicht. Ne, du brauchst es ja nicht essen, du brauchst es nur reinstecken. Dann sagen wir Shabby Bunny, dann ist der nächste dran, steckt sich eins in den Mund, Shabby Bunny. Und so geht es dann weiter, wer am meisten kann, den Mund stecken wird. Ich fange jetzt an, okay? Shabby Bunny. Shabby Bunny. Shabby Bunny. Dann sehen wir nochmal so aus, ja? Shabby Bunny. Wie doch die... Oh, Christoph, wo flugt halt? Darf ich dich auch noch sagen, ey? Nee. Nee. Nee, ich bin ja auch noch mal der Frau. Shabby Bunny. Shabby Bunny. Was? 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 Tick, 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 Tick! Kannst du groß spielen, der Junger Mann? Nicht auch. Das ist der Kindredよね. Ach. Ist bis auf den Tier. Tick, 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 Tick! Die schaffen wir auch viel. Ja. Der Innenraum, wo ist das? Boah, der Innenraum! Hallo, wir haben den Mund ja in den Raum, Papa. Tschüss, alles raus. Es fehlt noch was. Chubby Bunny. Ja, muss ich jedes Mal sagen. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ach so. Wie viel nach, wie viel das aussieht. Du bleibst jetzt schon eine selbe Wahl. Ach so. Ach so, ich hab... Ich hab den Mund. Ich hab rot. Warte mal, ich hab rot. Ich hab rot. Auf den Mund. Warte mal. Ich wäre an der Seite, Regina. Ja. Ja. Du weisst ja auch, ich muss den Schnappen sagen. Da fehlt noch was. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Vorsicht, die liegt, dass du dich verschluckst. Das ist ja normal. Chubby Bunny. 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 Nee, wenn, zu viele Worte mehr oder? Allee, ja.